Wir machen heute die nächste Premier League Tots Challenge und die ist versteckt die ist nicht auffindbar ist sie noch da oder ist sie schon wieder weg passiert nämlich auch manchmal bei EA Premier League Challenge seltener Spielerpack unterrschbar genau die wollen wir, genau das machen wir England mindestens 1, 4 Ligen mindestens 7 mal dieselbe Nationalität maximal 5 seltener mindestens 80 gesünderungen, 95 Team Chemie 11 Spieler am Tor, Srakosha Zappagosta Tomori, Musacchio Ajuna, Lazari Erstbesitzer, Parolo Erstbesitzer Palacios Erstbesitzer, Pereira Erstbesitzer, Corea und Benedetto Erstbesitzer macht 5 Stück, dann können das trotzdem noch 1 zu 1 nachbauen ansonsten schaut ihr so ein ZM Argentinier habt, egal wen, er würde hier anstatt Palacios hinpassen das ist aber nicht das Einzige was wir in diesem Video machen, wir machen mich jetzt auch noch verlässt Ultimate Team ok wir machen jetzt auch noch die UEFA Champions League Top Partien wenn wir mal wieder reinkommen die hier muss ich dann aber hier habe ich keine Lust dann zu suchen, wo es ist so sehr schön und haben jetzt nächste SPC mal gucken, ob es jetzt auch wirklich weg ist aber es ist ok es hat geklappt nicht, dass es jetzt noch irgendwo ist UEFA Top Spiele Mary St. Germain gegen Manchester City City hat das Spiel gedreht 2-1 gewonnen es fehlt schon wieder Chemie auf einmal wir brauchen von Manchester City oder PSG mindestens einen wir brauchen vier Ligen mindestens ich suche gerade am PC warum ich hier was anderes habe wie da ich habe was komplett anderes würde ich hier nochmal sagen ok wir brauchen sieben Spiele aus einem Verein ein Maximal UEFA Champions League häufig mindestens 1,79 Gesamtballung 80 Team Chemie dann gucken wir nach einem anderen Spieler von mir aus wenn Plan A nicht klappt dann immer Plan B habe ich natürlich nicht schade den hier brauchen wir 9,50 Tempo bloß nicht zu schnell mein Freund bloß nicht zu schnell 1,9 maximal dann haben wir den Hickel mit wir haben M-Tor hä hä bin ich blöd ich wollte den blauen haben jetzt habe ich 1,7 von Spiele ausgegeben der 1,9 wert ist gewinnen je jetzt müssen wir gucken und 2,9 10 das ist zu viel das ist zu viel Qualität Kacke äh Champions League selten brauche ich schämen bin ich nicht selten selten 2,2 auch nicht 2,6 auch nicht Alter was ist hier los verarschen verarschen und weiter geht's 1,8 und so passt es so passt es so wer gegen Chelsea als nächstes wir brauchen wieder einen Spieler von denen 8 Clubs maximal Spieler der selben Nationalität 4 mindestens Champions League mindestens 1 80 Gesamtwertung 85 Team Chemie und Doomfries fehlt jetzt jetzt fehlt Doomfries da ist er wieder haben wir gerade abgegeben nehmen wir den hier den billigsten 800 ungefähr 800 900 gehen nee leider nicht 1,3 nehmen wir mit wird das billiger und wir nehmen Strootman den haben wir eben auch abgegeben Strootman uhr bl Ye Gulf sand nein vonụ oder génial trotzdem also von genua hätte jetzt eigentlich mehr punkte gegeben nogue genau mit zack weg mit mondeeı im tom Areldum flies 4 Diva erst besitzer Blind-Erstbesitzer, Max-Erstbesitzer, D-Ron-Champions-League-Cardus, Strutman, Götze-Erstbesitzer, Ramsey-Erstbesitzer, Coakialera und Franck Ribéry. Und damit haben wir ein seltenes gemischtes Spieler-Set gekriegt. Top-Partner abgeschlossen. Kriegen noch ein Prime-Gold-Spieler-Set und hoffen jetzt auf Packluck sowie Freitag. Gestern war scheiße, Freitag war geil und jetzt, komm schon. Vier oder fünf Packs haben wir. Wenn wir Glück haben, haben wir was drin, wenn wir Pech haben, haben wir gar nichts drin. Wir werden gleich schlauer sein mit einmal nichts. Das Pack war für den Arsch, scheiß drauf, nächstes. Und seltenes gemischte Spieler-Set, das nächste. Es sind nur vier oder fünf Packs, aber es kann was drin sein, es kann auch nichts drin sein, wie jetzt hier auch schon wieder. Man hat Glück oder man hat kein Glück. Das war jetzt eine 79er-Karte, glaube ich. Oh, es ist eine 81er. Ich bin ruhig. Zwei Packs haben wir noch. Prime gemischte Spieler-Set, das vorletzte Pack. Jetzt muss langsam was kommen. Wenn heute noch was kommen will, muss es jetzt kommen? Ne. Dreimal Scheiße in die Abi drinnen. Aber kein Doppelter. Und jetzt das Letzte. Prime-Goldspieler-Pack, Promo-Pack, let's go! Zwölf Stück, seltene. Die letzte Chance. Und da ist irgendwas drinnen. Es ist Brasilien. Es ist Linksstürmer. Es ist ein Info. Es ist ein 85er-Inform immerhin. Also, ich wollte mich erst beschweren. Und dahinter ist Dollar Alley. Was ist der Junge wert? 16er. Okay, es ist ein 85er-Inform. Damit kann ich leben. 83er-Eli da hinten dran, sonst eine Kacke. Nur ein bisschen Gewinn gemacht.